Unser Haus Dort ist unser Haus Betreten Durch Die Haustür Wir betreten unser Haus durch die Haustür Der Flur Hier ist der Flur Die Garderobe Im Flur ist unsere Garderobe Hängen Kurte Die Jacke Palte Der Mantel An der Garderobe hängen Jacke und Mäntel Kuchne Die Küche Dort ist die Küche Pachnüć Nach etwas riechen Jeda Das Essen Is Kuchni pachnit jedoy Aus der Küche riecht es nach Essen Rядom Neben Gostinne Das Wohnzimmer Rядom z Kuchni Gostinne Neben der Küche ist das Wohnzimmer Kräsla Der Sessel Divan Das Sofa V Gostinne Im Wohnzimmer sind zwei Sessel und ein Sofa Televizor Der Fernseher Unser Fernseher ist auch im Wohnzimmer Unser Fernseher ist auch im Wohnzimmer Wir haben eine Dusche und eine Badewanne Tam drei Dveri Dort sind drei Türen Za Hinter Was ist hinter diesen Türen? Spalne Das Schlafzimmer Za первой дверью Spalne Hinter der ersten Tür ist das Schlafzimmer Obie Beide Das Kinderzimmer За остальными двумä дверями детские комнаты Hinter den anderen beiden Türen sind die Kinderzimmer Kвартиra Die Wohnung Nаша квартиra маленькая Unsere Wohnung ist klein столовая Das Esszimmer Gästewaia Komnata Das Gästezimmer U nas net stolowej y gĺstewoj komnaty Wir haben kein Esszimmer und kein Gästezimmer Balkon Der Balkon No u nass jest Balkon Aber wir haben einen Balkon Предpochtat Etwas lieber haben Ich hätte lieber einen Garten, aber unser Balkon ist auch sehr schön.